Das ist genauso mit den Stäben, so. Hier ist noch eine. Hat auch super geklappt, ist nichts beschädigt. Ja. Selbst da ist alles noch intakt. Ah, ist die letzte Runde. Was kommt jetzt, zwei Oger? Oh, zwei Oger und 15 Hexenmeister. Auch von oben kommen aber auch 15 Stück. Aber da haben wir noch ein... Alter, hier liegen 1000 Schwerter rum hier oben. Ohne Scheiß. Drei Stäbe und weiß nicht, wie viele Schwerter. Eins, zwei, drei, zwei, zwei, zwei. Gucken wir mal her, was besser war. Ah, hier hat aber auch alles ganz schön mit Leid genommen. Ich wollte auch gerade hier... Ja, ich sehe gerade schon... Ja, hm. 15 Hexenmeister kommen hier. Ich hoffe, das reicht. Alter, was ist das für eine Leder-Schwertklinge. So, wo ist man nicht hier? Die beiden sind noch nicht... Nee, nicht vier. Wo bräuchten Verstärkung? 15 Hexenmeister, 6 Schlitzer, 6 Schlitzer, 15 Hexenmeister. Ach du Scheiße. Echt krank, was da so runterkommt jetzt. Ja. Sind Hexenmeister diese komischen mit dem langen Gesicht? Nee, es gab auch schon welche mit grün. Das sind die, die wie Trolle aussehen, nur mit Haaren. Und die mit so einem pushigen Augenbrauen, das sind die Schlitzer. Also, die dann keine Haare oben mehr drauf haben. Oh, Gott. Oh, oh, Alter. Also, die mit den grauen Haaren sind die komischen Hexenmeistern, die mit Glatze und weißen Augenbrauen sind. Nicht die... Ja. Schlitzer, so. Sind die... Witchcraft, wie sie es genutzt hatten. Also, ich bin ready. Ich hoffe, das schaffen wir. Ich bin gleich ready, weil ich habe nach 200, ich kann nur irgendwas einmal aufwerten. Warum liegt hier mitten auf dem Dachenstab, ey? Der Drache wahrscheinlich. Ist da unten der Superturm? Hast du den schon einmal nur aufgewertet gemacht? Der Aufstufereins ist ja noch. Ja, den kann ich den noch einmal aufwerten. Das ist gut. Zack. Oh, die sollen mir doch nicht als gut anzeigen. Alles verkaufen? Nein, warte. Das ist krass. Vor allem hatte ich vorher 1.000, dann habe ich alles, was ich im Inventar hatte, von der letzten Runde verkauft, ne? 50.000. Das ist später, die sind so viel wert, die hässlichen Gänchen. Achso, ich habe nur eine Truhe, so ein Mist. Ich warte, und warte, und ich warte. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit zu abkassieren. Stufenaufstieg habe ich auch noch. Ich bin auch gleich wieder Level 326. Das ist, glaube ich, danach folgt, glaube ich, nur noch eins und dann sind wir auch fast fertig, oder? Ja, ich glaube, dann haben wir das Spiel schon durch, so. Noch eins und dann ist, glaube ich, das letzte. Irgendwie bin ich gerade so ein bisschen im Rausch. Ich muss G drücken. Ich bin bereit, ja, warte, warte, da liegt noch was Grünes für mich. Übersehen. Ist hier noch irgendwas auf der Karte? Wir haben ja so eine Punkte angezeigt. Das ist jetzt mal. I am ready for killing yourself. Springen wir gleich mal hier runter. Aaaaaaah! Hey, wieso bin ich tot? Wie tot? Ich bin tot. Und er gefallen? Getötet? Ja, ich hätte sogar auf die Kamera klicken können, um das anzugucken, aber das mag ich jetzt nicht. Was war das denn gerade? Ne, ich bin in die Menge ran, aber irgendwann war ich sofort tot. Jetzt durchgekommen ist aber bisher noch nichts, also ist gut. Hoffentlich. Ich weiß mal, die ganzen Hexen meistens noch was ausschalten. Tot, 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 tot. Oh, da ist der Ogre. Und ein Hexenmeister. Oh, oh, Stützer, ganz viele, andauernd. Oh, der Ogre ist tot. Eigentlich müssten wir jetzt schon gewonnen haben. Oh, da oben kommt auch eine ordentliche Welle Hexenmeister. Ah, die Drachen werden hier auch einfach alle vom Himmel geschossen. Dein großer Turm erledigt die alle. Wie man hier sieht. Hm, da kommt ein Haufen Drachen, der wird aber auch irgendwie weggehe. Halbwegs. Der ist tot. Ja. Oh, da kommen noch mal Drachen. Oh, 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 oh. Boah, Alter. Was ist das? Scheiß. Selbstmord, Heini, verpiss dich. Boah, Alter. 17 Leben. Die sind so kacke, ohne Mist. Die kommen immer um die Ecke die ganze Zeit. Die sind dauernd auf Skelette. Ja, die werden ja immer wieder überlebt werden, solange ich bin nur am Schießen ohne Ende. Brauchst du Hilfe? Nee, geht gerade. Das ist immer geil, so nie mehr zu springen. Ah, da sind zwei Drachen durchgekommen. Ich bin auf dem Weg auch. Oh, da sind ganz viele grüne Sachen für mich. Da unten habe ich auch gerade welche gehabt. Da hinten, da ist einer grün. Da hinten, da ist es glaube ich eingesammelt gerade. Ah, da war dann bestimmt irgendwas, irgendwas bei. Können auch die Rüstung gewesen sein. Ich glaube, die Rüstung, ja, steht, starb, aber ich bin nicht so gut. Wir eigentlich mehr in der Sampagne. Das ist immer ein ganzes Lochfall. oder manchmal mein Stufenaufstieg, meine Türme kriegen nochmal zwei auf Dings und zwei auf Reichweite wir sind eigentlich relativ gut durchgekommen das lief ganz sauber, eigentlich finde ich besser als die vorherige Runde ja Itembox, zeige mal, was habe ich denn da? ich habe so eine D-Stupe und immerhin, was mit der Waffen fließt nee es ist ein nun ist ohne Mist nun ist ohne Mist so dass das hier sah am besten aus muss es muss die gleiche Marke hier musste die bei mir jetzt mal angucken Boah das ist geil ohne Scheiß bei mir zu machen ich sehe ich habe gesehen eine Seite bei mir wenn ich dann man selbst schätzt sich das mit da muss man kurz rausgehen und dann gucken sie kam es geil aus, das sieht aus wie so ein Kristall sind er ist auch ein Krieg, irgendeine vergiftete Klingel soll das sein Sieg Geil aus Münster so nein hm noch nicht um den Gut vor allem, ich gebe das Schwert meinem Helden und es ist jetzt alles schlecht ne, die kann es wächst jetzt oh melden geben, ja jetzt ist es auch wieder alles schlechte, das war es bis zu von einem so gute Stiefel so eine Kacke ne, minus 10 Verteidigung kann ich jetzt nicht brauchen oh, Handschuhe, mh, nee, die Blei, die Blei gehen auch weg geht alles weg, ich bin fertig, das ist alles Müll ja, ich, ja, ich verkaufe dort den Rest ja, ich habe jetzt schon wieder 229.000 alles verkaufen, ja 118.000, ha, gut gekriegt gerade so, warte mal Heldeninfo ich kann mir irgendwas aufwählen noch oh, ich habe überall glänzend ganz zufällig habe ich überall glänzend irgendwas glänzendes Leder des Zeugs ah, immer, es ist echt geil bist du denn bereit? also, ja, ich mach schnell, ich mach das im nächsten Level nochmal bitte Helden, ich habe Heldenkölz 172 und Abwehrkillz 322, du hast 1077 Abwehrkillz oh, oh, alter, das ist die letzte Mal an der Seite du bist aber auch zweimal gestorben ja, stimmt ich bin ja einmal runtergefallen und einmal ein Kampf ach, nee so, ich glaube, jetzt kommt das vorletzte Level das Level wollen wir nicht alle leicht durchmachen weiß ich nicht das ist das letzte als Showdown lassen dann haben wir das noch zum Ende ist das das letzte? äh, die endlosen Türme nein, das ist nicht das letzte, das ist das vorletzte ah, das ist das, wo man Herausforderungen gemacht haben, ne? ja, da ja, da wo du angreifen musst und die die Türme haben ja, ja, geh nach ich würde mal sagen, wir machen das noch und dann gucken wir 1, 2, 3, 4, 5, ok wo bin ich denn? ja, dann los da unten ist eine Truhe ja, dann holst du dir die da hinten müssen wir mal gucken, wie mini mal also ich, ich sehe schon äh da wo du grad lang gelaufen bist, da auf der Treppe, weil dann haben wir gleich äh, warte dann haben wir, glaub ich, 1, 2, 3, 4 Teile abgedeckt wenn der da hinten auch noch mit dazu zählt ja, da haben wir 4 Teile abgedeckt, wenn wir hier die Treppen verteidigen ja, da geht's nur an der Seite nicht runter, das stimmt da, da, da und so gesehen eigentlich dann nur noch da und dann haben wir alle du meinst hier? ja, einmal, einmal da und einmal äh, ja, das ist eigentlich die einzige Brücke, die wirklich verteidigt werden muss ja, wenn ich so überlege, wenn ich so überlege jetzt noch und dann noch einmal da, wo ich jetzt grad bin weil da kommen dann auch 3, die restlichen 3 ja aber ich würde mal sagen, da verteidigen wir direkt hier auf der Treppe dann schießen wir die gleich runter immer ok aber du weißt, dass du denn zu beiden Seiten ich baue mal Barrikaden ich nehme einen Blitzturm in die Mitte und dann auf jede Seite einen Feuerturm so in die Richtung ich baue auch nicht blank ich baue, ich versuche auch überall 2 Barrikaden hinzusetzen für maximale Verteidigung ok, das ist abgesichert, da unten kommt keiner raus da hinten kommen sie da müssen wir an äh, eigentlich sind das nur 2 Gesamtverteidigungspunkte oder nicht? ja, da wo du jetzt grad bist in die rechte Richtung in die rechte Richtung hier, da, genau ja, das war's obwohl, kann sich, nee, während des Kampfes kann sich kein neu aufmachen, stimmt sehr geil, gut, so ja, Start warte, ich bin grad noch am Ball obwohl, warte mal, ich kann sonst nochmal Heldeninfo nochmal gucken was ich so am Zeug noch hab ja, das ist eigentlich jetzt, äh, sowas von verbarrikadiert hier alles aber ich wette, da kommen nachher ordentlich Viecher raus hm, ich kann gar nicht investieren hm, und es geht los es geht wieder los es geht wieder los ich bleib hier unten und du nimmst den Treppenaufgang oder andersherum geht das Treppenaufgang ich geh hier runter allah nee, warte, wo laufen die lang die laufen nicht ver... ach du scheiße was öh, andere Seite ist auch noch, die müssen wir auch verteidigen ach shit, ja gut, dann drei Aufgänge ach shit, ja gut, dann drei Aufgänge schon ein ganzes Stück so, ich hab jetzt ein Harpoon geschützt und zwei Barrikaden ah, das läuft auch, das läuft gut, wir müssen jetzt nur noch mehr Angriffstürmen und aufwerten rot laufen drühen zwei Schwerte sind es ein Kette von für dich ich sehe gerade nicht sicher Bauphase stehen äh ich brauche die Werte zeigt die immer sonst ne ich beide einfach mal das eine sah relativ geil aus